Ich stehe jetzt hier vor der Disco Mausefalle in Zürich. In wenigen Minuten beginnt die Miss Yokohama Wahl. Ich bin Deborah Cordero, heute Portugiesin, heute Italienerin, 23 Jahre alt und arbeite in der Autobranche. Mein Hobbys sind Tanzen, Disco Fox mit Papi und Pooldance. Deborah Cordero! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind Kohama, 22, 23, heißt Deborah Cordero! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020